Wir alle merken, dass sich das Klima wandelt. Hauptgrund dafür ist zu viel CO2 in der Atmosphäre. Das ist ein Problem, dem wir uns gemeinsam stellen müssen. Was ist die einfachste Lösung? Bäume. Denn unsere Wälder sind die effizientesten Speicher für CO2. Eine Studie der ETH Zürich belegt, dass wir auf der Erde genügend freie Flächen haben, um Bäume zu pflanzen, die zwei Drittel der von Menschen verursachten CO2-Emissionen aufnehmen könnten. Nur wie schaffen wir das? Schließlich verfügt nicht jeder über das Know-how, die notwendigen Aufforstungen umzusetzen. Hier kommen wir von Citizens Forests ins Spiel. Der gemeinnützige Verein Citizens Forests arbeitet nach einem einfachen Grundsatz. Wir realisieren Aufforstungsprojekte auf lokaler Ebene, die schon ab einer Fläche von 60 Quadratmetern möglich sind. In jeder Kommune gibt es brachliegende Flächen, die wir zur Aufforstung nutzen können. Und Bürger, die für die Umwelt und unsere Zukunft aktiv werden möchten. Unterstützt und finanziert werden die Aufforstungsprojekte von allen, die mitmachen wollen. Durch Spendengelder von Privatpersonen und Unternehmen, durch Sachleistung und Menschen, die anpacken. Also mach mit, buddel ein, spende Geld, werde Mitglied. Gemeinsam schaffen wir jede Menge neuer Wälder, hier bei uns in Deutschland und darüber hinaus. Mehr zu unserer Initiative und der Möglichkeit, selber in deiner Region aufzuforsten, findest du auf www.citizens-forests.org Next zu Bitcoin Period Period Yet zuerst Fast Und Untertitelung des ZDF, 2020